Alter, was geht ab Digga? Bist du gut vorbereitet auf das Video? Einigermaßen so kalt einfach. Ja, ich weiß was du meinst. Taschenlamm warst du auch dabei. Okay, alles klar. Was geht meine lieben Bono Bros? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mitten in der Nacht im dunklen Wald. Und wir suchen ein Ungeheuer. Und mal schauen ob wir es finden werden. Alter Dominik. Hast du es auch gehört? Da war irgendwas Junge. Da ist irgendwas. Bei jedem Video Junge. Das war nur eine Kackeule oder so. Keine Ahnung, vielleicht war es auch ein Ilsch. Das wird schon nichts gewesen sein. Wir machen dieses Video eh nur wegen Geld. Das weißt du ganz genau. Alter Junge, beruhig dich mal jetzt. Hilf dir jedes Mal. Ja okay, tut mir leid Boss. Ey Dominik. Ey Ungelogen. Ey lass mal umdrehen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Aber Junge, das war eine Eule oder so. Alter stell dich jetzt mal. Look, du solltest dich lieber nicht umdrehen. Ich lass bereuen. Alter Duck ist alles in... Oh mein Gott. Ey lass mich ruhig. Was... Alter... Was war das denn? Alter, was ist passiert? Mein Kopf tut weh. Die Kamera ist ja noch hier. Sieh noch an. Oh mein Kopf. Der brummt vielleicht. Hab ich Kopfschmerzen? Was ist geschehen? Wo bin ich hier? Oh stimmt. Ich war im Wald und... Haben uns gesucht. Geld zu machen irgendwie. Und dann war da dieses Viech. Alter. What the fuck is Viech? Was war das? Und wo ist Dominik? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Deine Yowie Kappe. Verdammt. Er würde nie... ohne hier weg gehen. Was ist nur geschehen? Alter, was ist das? What the fuck? Seht ihr das? Alter. Ich glaube das ist... Das Viech von gestern Abend. Aber was macht das hier? Und... Ihr... Arschkratzer? Alter! Diese Leute sind weg! Es war in diesem Moment, Jackson wusste. Er verbrummt. Da... Nein! Hilfe! Hilfe! Nein! Aua! Es wird weh! Es war gewaltig schlecht! Nein! Nein! Wer lebt weit von hier, wo der Bambus steht? Euer sexueller Belästigungspanda. Wer sagt euch, wie sexuelle Belästigung geht? Euer sexueller Belästigungspanda. Sagt nicht dies! Sagt nicht dies! Schaut nicht her! Seid schön brav, sagt euer Panda-Bär! Gut oder schlecht, das erklärt er euch! Euer sexueller Belästigungspanda! Hallo, Jungs und Mädchen! Hallo, Jungs und Mädchen!